Zeit für Egoismus Er trat aus dem Ministerium und der Wind frischte in dem Moment auf, als er in die frühmorgendliche Sonne trat. Er umspielte seinen Umhang und zerrte sanft an den losen Strähnen seiner Haare. Sein Gesicht wirkte, wenn auch immer noch stoisch, anmutend, jünger und befreiter. Er atmete tief ein und ich sah eines seiner seltenen Lächeln. Dann verschwand er in den Schatten einer Gasse und löste sich still in Rauch auf. Er verschwand anmutig, das musste ich zugeben, auch wenn ich dabei unwillkürlich an die Todesse und an Voldemort erinnert wurde. Denn auch sie hatten sich in diesen gespenstigen grauen Rauch aufgelöst. Was es damit wohl auf sich hatte? Ich schlenderte mit zwei Becher voll Kaffee in der Hand zu dem inoffiziellen Eingang der Aurorenzentrale. Nach den Sommerferien würden Ron und ich die Ausbildung zum Auroren offiziell beginnen. Meine Uniform hatte ich bereits bekommen. Als ich sie zu Hause... Was für ein komisches Wort für den Grimauplatz. Als ich die Uniform zu Hause das erste Mal angezogen hatte, zeigte ich sie Hermine. Sie hob eine ihrer Augenbraue und verzog ihre Lippen zu einem wölfischen Grinsen. Du siehst... Heiß aus. Ich starrte sie schockiert an. Und danach... Prusteten wir beide lachend los. Ich hatte sie schon so lange nicht mehr herzhaft lachen gehört. Ob es jetzt nun an meiner entgeisterten Mine über das vermeintliche Kompliment oder aber über die Vorstellung, dass Hermine mich heiß finden könnte lag, war mir in dem Moment egal. Sie lachte und nur das zählte. Ich war auf dem Weg zu Kingsley. Für ihn war der zweite Becherkaffee. Ich hatte in einem süßlich riechenden Getränk geschnuppert und ich grinste immer noch über die Tatsache, dass der Minister seinen Kaffee mit viel mehr süßem Sirup als Milch zu versetzen schien. Etwas zu energisch klopfte ich an die Türe zu Kingsleys neuem Büro. Sie schwang kurz danach auf und der Minister trat mir lachend und mit ausgebreiteten Armen entgegen. Ah, Harry. Oh, Kaffee. Er nahm mir den Becher, den ich ihm entgegengestreckt hatte, aus der Hand und trank einen kräftigen Zug der süßen Brühe. Mmh, uh, heiß. Harry, gut, dass du kommst. Severus ist vor wenigen Minuten entlassen worden mit dem offiziellen Freispruch des Zauberer-Germotts. Über die Verleihung des Orden des Merlins erster Klasse wird im Moment gerade noch gestritten. So wie ich Snape kenne, wird ihm das herzlich egal sein, murmelte ich, und erntete dafür ein etwas zu starkes Schulterklopfen sowie ein zustimmendes Pummen von Shacklebolt. Er hat sich nach dir erkundigt. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Bleib cool. Ach ja? fragte ich und versuchte, meine Stimme ruhig klingen zu lassen. Was wollte er? Meine Stimme entglitt mir und ich sprach die letzte Silbe zu hoch aus. Kingsley schien das aber nicht bemerkt zu haben. Ich überspielte meine Unsicherheit und nahm einen großen Schluck Kaffee. Er wollte sich bei dir bedanken. Was? Ich hustete und der Kaffee suchte sich den einfachsten Weg und quoll, da ich mir aus Schock den Mund zuhielt, aus meiner Nase. Kingsley lachte brüllend und tief auf, als er mir zusah, wie ich hustend versuchte, den Kaffee aufzuhalten, der mir immer noch aus der Nase lief. Shit! Ich hustete noch einmal und räusperte mich. Was wollte er? Kingsley grinste immer noch und schwenkte dann seinen Zauberstab. Die Schlieren des braunen, klebrigen Getränks, die ich in meinem Gesicht und auf einem Großteil meiner Uniform verteilt hatte, verschwanden. Nun, er meinte, er müsse dem Bengel die Leviten lesen, es sei eine Frechheit, ihn einfach auszuliefern und seine Erinnerungen preiszugeben. Nun ja, er sagte es nicht so freundlich wie ich jetzt gerade. Er grinste und fuhr fort. Und doch glaube ich, dass es einem Danke recht nahe gekommen wäre. Ich schwieg. Snape hatte mich während des ganzen Verhörs und auch während der Anhörung vor dem Zauberer-Germott ignoriert. Die Aussage unter dem Einfluss von Veritaserum ist ihm nicht gerade leicht gefallen. Das war mir bewusst. Doch vor allem, da er sich nicht mit Hilfe von der Oklomentik wehren durfte. Ich wusste auch, dass er mich nicht dabei haben wollte. Dass er mich am liebsten aus dem Raum gescheucht hätte. Trotzdem bin ich geblieben. Ich war viel zu neugierig, als dass ich mir die Befragung gehen lassen konnte. Vielleicht war das respektlos. Doch trotz allem war ich ein Auror in Ausbildung und hatte ein Recht, dort zu sein. Es war schließlich mein Fall. Außerdem hatte ich Kingsley zu Snapes Schutz gebeten, das Thema Lily Evans bei der Befragung möglichst in weiten Kreisen zu umschiffen. Nachdem ich Snape das Veritaserum eingeflößt hatte, sah er mich nicht mehr an. Das hätte mich nicht kümmern oder kränken sollen, aber das tat es. Ich wusste nicht, was ich anderes erwartet hatte. Schließlich hatte er mich auch aus dem Haus gejagt. Dieser Mann war verwirrend und ja, verwirrend. Das traf es ganz gut. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es niemanden gab, den er weniger mochte als mich. Und dann waren da noch diese Momente, die mich durch und durch verwirrten, als ich bei ihm war und er mich in seine Arme zog und mich gehalten hatte und sein Gesicht an meinen Hals geschmiegt hatte und meinen Geruch in sich aufnahm. Oder vor dem Verhör, als ich ihm das Veritaserum auf seine Zunge tropfte, da starrte er mich an, verfolgte jeden meiner Schritte. Es schien, als würde er mich mit seinen Blicken durchbohren. Mich sehen, mich wirklich sehen. Es glich an ein Wunder, dass Shacklebolt sowie die zwei Ministeriumsarbeiter nichts davon bemerkt hatten, denn mir zumindest schienen die Blicke nur also offensichtlich. Begleitest du sie? Die Frage von King riss mich aus meinen Gedanken. Hat er davor schon etwas gesagt? Er bemerkte mein Zögern. Hermine, begleitest du sie? Äh, ja. Sie hat ja nur noch mich. Ich stockte. Betretenes Schweigen erfüllte das Büro. Ich dachte an Ron und seufzte resigniert. Geht es in Ordnung? fragte ich den Minister skeptisch. Harry, du bist in einem Praktikum. Deine Ausbildung beginnt offiziell erst im September. Und was ist, setzte ich an, wurde aber von Kingsley unterbrochen. Glaubst du nicht, dass du genug getan hast? Vorerst, gönn dir eine Pause. Geh und hilf ihr. Sie ist stark und dennoch wird sie dich brauchen. Ich schaute betreten zu Boden. Ich musste ihr helfen und mit ihr gehen. Das war das Mindeste und das verlangte auch mein Pflichtgefühl. Trotzdem brauchten sie mich auch hier. Ach, egal. Es war Zeit für Egoismus. Ich straffte meine Schultern und sah zu Shacklebolt auf. Danke, King. Ich straffte meine Schultern. Ich straffte meine Schultern. Ich straffte meine Schultern.